Nicht mal ein Artefakt, geizige Arschlöcher. Spiel speichern. Wie viele Einheiten hat denn eins noch? 64. Ja, die haben jetzt zehnmal die Reichweite von meinem. Und noch? Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Wie viele Basen haben denn die noch? Okay, wo ist vier? Keine Ahnung, stehen wir auf jemandem da. Energieressource. Ihr fahrt da rauf, komm. Oh, fahrt halt da rauf. Okay, da oben ist nichts mehr. Nein, da hört die Karte auch schon auf. Apropos Karte, kann ich was erforschen? Produktion abgeschlossen. Und da nichts, nein. Nix Neues. Produktion abgeschlossen. Feindliche Basis ausgelöscht. Produktion abgeschlossen. Das heißt, es kommt keine von diesen Transportern mehr. Und ich kann jetzt mal speichern und unten noch ein bisschen aufräumen. Ja, doch, ist denke ich mal... Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Ich kann jetzt neulich erforschen. Was hab ich denn erforscht? Ah, die Mini-Raketen, ja. Ja, 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 ja. Na, komm, komm, komm. Oh, was ist das? Bunkerbast... Oh, klingt gut. Gefällt mir. Der Name hat schon so was Schönes. Bunkerbast. Ach, komm, ihr werdet ja wohl so ein bisschen Infanterie töten können mit euren Messern. Hey, guck mal, wir haben gigantische Messer. Damit mach mal alles platt innerhalb von Sekunden. Aber so Infanterien oder so. Das ist gefährlich. Drei sammelt sich. Vier, ja, ich weiß vier. Sind nicht gerade die schnellsten, aber egal. So, Jungs, ihr habt jetzt Arbeit für euch. Also. Drei nur noch. Muss ich das nächste Mal neu bauen, sonst wird das nächste. So, löschen wir erst mal die fertig aus. Wie komm ich denn da ran? Ach, du Scheiße. Das wird komisch, das wird... Nein, nicht die Karte drehen. Ich bin mein schlimmster Feind. Hier fällt auch noch ein Haufen. So, und vier fährt da hinten rum. Was wolle ich noch machen? Ich wolle mich noch was machen. Was soll ich machen? Ah, ja, ich wollte noch, ich wollte noch was nachbringen. Wir haben ja einen ab... Drei hundert vier. Drei hundert vier. Drei hundert vier. Uuuuuh. Scheiße. Scheiße. Moment, ich hatte auch noch so die Mini-Raketen. Da haben die jetzt was? Nein. Da bleib ich bei den Raketen. Ja, drei hundert vier. So viel haben wir noch nicht bei den Mössern, oder? Nein. Boah. Die Waffen fallen mir. Ich hab keine Ahnung, ob die wirklich so gut sind, wie ich denke, und wie die Schaden anzeigt, aber ist mir egal. Ich baue sie einfach. Ne, fahrt wieder kreuz und quer. Und dahin, wo ihr sollt. Äh, wer steht denn da noch? Da steht noch nur so komisch ein Türm, oder? Toll wegen ein paar Türm... Nein, Moment. Die Basis ist... Nein, Moment, das ist noch eine Basis. Äh, verdammt, wie viele Basen haben denn die? Warum reparieren denn die zuerst, die kaputt sind? Hey, da ist der Lack verkratzt. Oh, den müssen wir zuerst reparieren. Ja, ist wichtig. Und wer schießt denn da auf mich? Mach ich doch auch nicht. Verdammte Scheiße noch mal. Oh, ich schleus mir durch den Pass dann rüber. Äh, drei. Zieh sich immer ein wenig näher zusammen und... Äh, voll der Einheitenbrei. Oh ja, ich muss mich noch ein wenig zurückziehen. Komm, fahrt noch ein wenig runter. Oder... Sag mal, wie weit können die schießen? Ist doch nicht normal. So weit kann ich doch auch nicht schießen. Okay, bevor ich das jetzt mache und alle verliere, speichere ich erst mal. Speichere mich da. Und ihr vergleicht ganz dann auf. Gruppe 1, Meldet. Gruppe 2, Meldet. Äh, scheiß Meldet. Geh weg. Gruppe 1, Meldet. Ich trinke erst mal ein Schluck Milch. Ein Schluck Milch. Schreie. Ich könnte noch Wasser trinken. Nee. Bööööö. Ich könnt Bier trinken. Yeah, Bier haben wir unten. Nein, Moment, haben wir auch noch mal. Verdammt, wir haben nur noch Wasser und Milch da. Was ist denn das für eine Scheiße? In jedem ordentlichen Haushalt soll es mehr geben als Wasser und Milch. Andererseits. Milch ist gar nicht so schlecht. Und wen interessiert das? Ob ich jetzt Milch noch da ist, oder? Der Kerl lebt immer noch mit seinem Maschinengewehr, ich glaub's ja noch. Beim Panzer zerhacken sie wenigstens. Aber der mit dem Maschinengewehr, ne? Der lebt noch. Okay, da repariert mal. Energie, ich brauch Energie. Scotty, Energie! Aufhänger mit Lancer, komm! Oh, jetzt muss ich alle andere nochmal austauschen. Oh, scheiße! Mach ich später. Konstruktion abgeschlossen. Reicht hoffentlich noch. Äh, da repariert den noch, während ich meinen Turm befestige. Mühlenwurter. Äh, und eben da, und wir brauchen da noch eine Mauer. Alter, voll krasse Mauer, und da brauchen wir auch noch voll krasse Mauer. Wo ist, Alter, voll die fett krasse Mauer? So, und jetzt fahren wir alle mal ein Stück weg. Damit ich einen Lancer-Turm bauen kann. Je. Fahrt da weg! Jetzt fahren sie weg, wenn ich was baue, fahren sie weg, okay. Gut, zurück. So, zwei Fälle zerhunter. Hä? Ist der kaputt, oder was? Keine Ahnung. Äh, und dann bauen wir noch einen Lancer. Je. Hä? Warum ist der so gelblich? Ach, das ist die Mauer. Die haben die Mauer. Warum bauen die die Mauer nicht fertig? Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Warum steht die jetzt so scheiße? Das ist doch scheiße. Okay, wie viel haben wir jetzt? Oh, 74. Ja, das reicht. Okay, speichern. Und wir greifen. Wir greifen. Da kann ich gar nicht direkt angreifen als solche Wechse. Okay, dann fahr ich da außen rum und hoff einfach fürs Beste. Watenforschung abgeflogen. Naja, komm. Enger Pass. Nein, Sacker, so scheiße. Wie war genau die an? Oh, geil. Ich stelle fest, sie schießen das Teil daneben. Und wo kommt ihr schon wieder her? Ich muss diese ständige Produzierung von Einheiten entgegnen und verbinden. So, wir können irgendwas forschen, erforschen, Nein, aber... Wassenforschung abgeschüttelt Nein, die haben... Was war das denn jetzt für ein Leck? Dieser Wichser... Die haben Türme... Türme, ja... Ja, Türme haben sie auch. Nein, ich mein, äh... Allerie-Bunger... Ja, Allerie-Bunger sind... Wie die Raketen einfach total vorbeischießen, äh... Ist nur halb so gut, wie ich gedacht hab... Ah, da hinten kann man auch... Ausgezeichnet... Ach, das interessiert mich eh, Einheit... Ich hab davon noch 73 weitere... Und warum schicken die mir immer die scheiß LKWs entgegen? Sollen die mich irgendwie aufhalten, oder... Was, was sollen die machen? Wollen die mich einmauern, oder was? Ja, wir mauern dich jetzt ein, wenn du uns kaputt schießt, ne? Du kannst nichts dagegen tun... Doch, euch töten, ne? Was für ein dummer Schmann... Da blinkt es immer noch... Es blinkt einfach immer noch... Egal... Wir räumen jetzt erstmal oben auf... Und, oh, da stehen noch mehr Türme... Ja, wie geil... Das ist bestimmt noch ne Basis, oder? Ja, komm, da passt doch noch eine hin... Eine geht noch, eine geht noch drauf... Auf die Map... Oh... 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 Habe ich jetzt Motoren ohne, oder was? Wie funktioniert das denn? Hey, guckt mal... Ich hab'n Motor ohne Kraftstoffeinspritzung... Mal schauen, wie weit ich damit fahren kann ohne Kraftstoff... Will ich mich verarschen? Jetzt mach doch endlich mal die scheiß Aufhängung da kaputt!